So schön, so ist das schön, so ist das schön, so was hat man lange nicht gesehen, so schön, so schön. So ist das schön, so ist das schön, so was hat man lange nicht gesehen, so schön, so schön. Un-Sammatin! 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 Fragen bitte? Herr Nehra, was bedeutet denn dieses Ergebnis in Kärnten jetzt auch für den Bund? Kann dieses Ergebnis auch für die Bundes- und die VVP nichts nach vorne kommen? Zum einen, so wie ich schon gesagt habe, es ist heute der Tag der Kärntner Volkspartei. Es ist der Tag des Martin Gruvers, seines Teams, der Funktionärinnen und Funktionäre. Dass sie so hart gekämpft haben. Sie wissen, wie die Stimmungslage vorher war, was die Umfragen gesagt haben. Ich habe es das Gegenteil bewiesen. Man darf sich nicht unterkriegen lassen. Man muss hin zu den Menschen. Die Wählerinnen und Wähler haben durch das Vertrauen, das sie heute der Volkspartei ausgesprochen haben, diese Arbeit belohnt. Und das ist ein guter Tag für die Kärntner Volkspartei und damit auch für Kärnten.